Keller-Mega-Feuerfächer, auch bekannt als Fan-Style, gab es ja beim Sonderpreis Baumarkt zu kaufen. Ganz witzig, dass hier unten sogar so eine kleine Holzleiste, so eine Spanplatte drunter ist. Wir schauen mal kurz, was die kann. BAM P2, dann schauen wir mal, Bruttogewicht 1650 Gramm, wiegt schon ein bisschen was, aber eine NEM-Angabe haben wir hier noch nicht. Ich bin mal sehr gespannt, was die kann, ist schon was älter. Effekthöhe ist 30 Meter und die brennt ungefähr 30 Sekunden. Dann bin ich mal sehr gespannt auf die Zündung, bis gleich. Keller-Mega-Feuerfächer, auch bekannt als Fan-Style, du sollst da weggehen, Simon. So, was, go on. Muss ich weggehen? Ja. Solltest du. Das ging ziemlich schnell. Krass. Das ging wirklich schon. rors